Wir haben einen Großteil der Verträge mit den Spielern, die für uns wichtig sind und mit denen wir in Zukunft planen, schon längst verlängert, auch langfristig verlängert. Also unsere Kaderplanung, die steht zu 80, zu fast 90 Prozent. Das, was noch fehlt, das werden wir ergänzen. Wir bleiben unserer Linie dort auch weiterhin treu. Es gibt ein, zwei, drei Verträge, die noch auslaufen, sind gerade auch in Gesprächen. Es kann durchaus sein, dass wir diese auch noch verlängern werden. Und dann muss man sehen, auch gegen Ende der Saison, ob wir dann weitere Substanz von außen zuführen, ob wir auf Spiele aus den eigenen Reihen, aus dem Nachwuchsbereich zugreifen, um den Kader zu ergänzen. Es ist auch nie ganz ausgeschlossen, dass vielleicht auch mal ein Spieler geht, weil er im Augenblick keine Perspektive sieht oder sich gerne verändern möchte zu einem anderen Klub. Da wird sicherlich auch noch Bewegung reinkommen. Und insgesamt ist es auch nicht verkehrt, wenn man sich auch für zwei, drei Positionen im Kader verändert, damit insgesamt auch wieder frisches Blut reinkommt und Vitalität. Im Vordergrund, im Augenblick steht für uns eher, dass die, die da sind, wieder in einen guten körperlichen und mentalen Zustand kommen. Weil wenn die Jungs, die bei uns im Kader sind, gesund sind und auf dem Platz stehen, dann haben wir eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft. Das war zuletzt aber nicht mehr der Fall aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wenn wir diese Mannschaft dann ergänzen, auch klug ergänzen mit Spielern, die zu uns passen, sowohl auch wieder sehr junge Spieler mit einer Perspektive, die möglicherweise auch wieder ein, zwei Jahre Zeit brauchen, um sich diesen Status zu erarbeiten und vielleicht auch den ein oder anderen Etablierten, der uns gleich verstärkt beziehungsweise stabilisiert auf den strategisch wichtigsten Positionen, dann haben wir eine sehr gute Voraussetzung für die nächsten Jahre.